Der Insel Sylt Tourismus Service sucht für die Sommersaison 2019 noch Rettungsschwimmer in Vollzeit. Die Zeiten sind flexibel, entweder von Mitte Mai bis Ende September, von Anfang Juni bis Ende September oder nur im Juli und August. Es gilt die 6-Tage-Woche. Voraussetzungen für alle Bewerber sind das Rettungsabzeichen in Silber und ein Nachweis über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs mit dem Zusatz Herz-Lungen-Wiederbelebung. Vor dem Stellenantritt müssen zudem ein Zeitschwimmen und eine Brandungsprüfung abgelegt werden.